servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen video heute für euch im test die 1000 silbertaler fontänen von funke vier stück sind hier drin das ding wiegt allein schon ordentlich was in dem liegt bei 128 gramm es sollen vier fontänen mit silbernen aufblitzenden silbertaler sternen sein die einen oder anderen kennen vielleicht noch die fontäne 1001 silbertaler von nico feuerwerk das war eben auch so ein schöner silberkaskade effekt und das soll hiermit wohl auch erreicht werden und genau deswegen habe ich das ding gekauft muss ich sagen weil dieses 1001 silbertaler von nico war wirklich einer meiner lieblingseffekte muss ich gestehen wir schauen einfach mal kurz rein hier und so sehen die teile dann aus auf einem kleinen pappfuß relativ groß muss man sagen gefällt mir doch 32 gramm pro fontäne wir testen einfach mal ja ein paar vielleicht machen wir alle ich schaue einfach mal ich bin auf die brennlauer gespannt und vor allem wie gesagt auf den effekt und den auswurf ob das zu den 1001 silbertaler von nico von damals irgendwie rankommt und dann hätte ich gesagt geht jetzt los mit dem test viel spaß 1000 silbertaler von funke auf geht's auch sehr schöner effekt richtig richtig schön zweiten hinterher also Yoshi ich habe also ab 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 Echt traumhaft schön die Teile. Hammermäßig und noch den letzten. Echt traumhaft. Sehr, sehr schön. Haben mir echt super gefallen die Teile. Ich hoffe euch auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut. Vielen Dank.